Ein Mann redet mit einer Frau über seine Brieftasche. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Oh nein, ich kann meine Brieftasche nicht finden. Ich muss sie irgendwo liegen gelassen haben. Was? Kannst du dich daran erinnern, wann du sie das letzte Mal benutzt hast? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Na dann lass uns mal versuchen, darüber nachzudenken, wo du heute warst. Okay, als erstes habe ich mir mit einem Freund einen Film angeschaut. Danach sind wir zu einem Café gegangen, aber ich wurde von dem Freund eingeladen. Deshalb habe ich meine Brieftasche nicht angerührt. Aber du kannst dich daran erinnern, sie benutzt zu haben, als du die Kinokarte gekauft hast? Ja, und wir sind zum Fitnesscenter gegangen. Danach habe ich bemerkt, dass sie nicht mehr da war. Hast du im Fitnesscenter Geld ausgegeben? Nein, weil der Mitgliedsbeitrag jeden Monat automatisch von meinem Bankkonto abgebucht wird. Ach, ich kann mich daran erinnern, Saft am Automaten gekauft zu haben. Okay, dann lass uns dorthin gehen und danach suchen. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Ein Mann redet mit einer Frau über seine Brieftasche. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Oh nein, ich kann meine Brieftasche nicht finden. Ich muss sie irgendwo liegen gelassen haben. Was? Kannst du dich daran erinnern, wann du sie das letzte Mal benutzt hast? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Na dann lass uns mal versuchen, darüber nachzudenken, wo du heute warst. Okay, als erstes habe ich mir mit einem Freund einen Film angeschaut. Danach sind wir zu einem Café gegangen, aber ich wurde von dem Freund eingeladen. Deshalb habe ich meine Brieftasche nicht angerührt. Aber du kannst dich daran erinnern, sie benutzt zu haben, als du die Kinokarte gekauft hast? Ja, und wir sind zum Fitnesscenter gegangen. Danach habe ich bemerkt, dass sie nicht mehr da war. Hast du im Fitnesscenter Geld ausgegeben? Nein, weil der Mitgliedsbeitrag jeden Monat automatisch von meinem Bankkonto abgebucht wird. Ach, ich kann mich daran erinnern, Saft am Automaten gekauft zu haben. Okay, dann lass uns dorthin gehen und danach suchen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.